Untertitelung. BR 2018 Ich kann nicht nach Mexiko. Ich bin gesperrt. Die Grenze ist geschlossen wegen des Corona-Virus. Das heißt, du bist jetzt ganz umsonst nach Europa gekommen, nach Oldenburg gekommen oder wie ist das? Eigentlich bin ich erst mal nach Hamburg gekommen. Ich habe eine Konzertreihe über Deutschland vorbereitet und jede Konzert war storniert wegen des Virus. Und dann ist die Grenze, die mexikanische Grenze geschlossen und jetzt kann ich nicht nach Hause. Aber vielleicht können wir jetzt noch mal eben was von dir hören. Ja, jetzt gleich hier. Ja, wir in Italien. Machen wir einfach wir in Italien. Okay, gut. Dann hole ich meine Gitarre. Okay. Sabina, eigentlich mein Kumpel ist hier, der Alex Goretzky. Der ist Oldenburger und spielt normalerweise Klavier. Oh, ja. Aber ich habe ihm gebetet, dass er Akkordeon mit mir spielt. Ich habe ihn zu. Alex, komm. Wir machen ein bisschen Spaß hier. Halt ein Akkordeon. Wir machen ein Fensterspiel. Ein Fensterspiel. Das ist Sabina von O1. Hallo. Ja, so machen wir eine Originalliede von mir. Dies haben wir schon gemacht. Dies ist Rock to the Rhythm. Rock to the Rhythm. Okay? Okay, wunderbar. Ich bringe ihr Spaß. One, two, three, four. Rock to the Rhythm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020